Jutta Speidel ist schon lange allein. Doch die Vergangenheit bleibt weiterhin präsent. Seit zehn Jahren geht Jutta Speidel, 69, allein durchs Leben. Ein Mann, der bei ihr für Schmetterlinge im Bauch sorgt, Fehlanzeige. Doch das sollte sich jetzt ändern. In der Vox-Show, Promi First Dates, zu sehen auf RTL Plus, wollte die Schauspielerin jetzt ihren Traummann finden. Doch am Ende muss sie sich der bitteren Wahrheit stellen. Sie kommt von ihrem Bruno nicht los. Jutta Speidel, Single seit der Trennung von Bruno Macalini. Wir erinnern uns, bis 2013 war Jutta bis in die Haarspitzen verliebt. In Bruno Macalini, 63, der als Cappuccino-Mann mit Kaffeewerbung bekannt wurde. Er ist meine große Liebe, schwärmte die Schauspielerin oft. Doch nach zehn Jahren war plötzlich alles aus. Und seitdem hat kein Mann ihr Herz zum Hüpfen gebracht. Das sollte sich jetzt ändern. Denn Jutta Speidel will sich unbedingt wieder verlieben. Doch schon, als die Schauspielerin auf den rüstigen Rentner Franz, 65, trifft, merken wir. Es wird schwierig. Jutta sieht das auch so, wenn ich mir die Herren um die 70 anschaue. Kommen mir die alle viel älter vor, als ich mich fühle. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Sie habe zwar Verehrer, aber mein Herz muss erobert werden. So, wie Bruno das einst tat. Im Sturm und mit wehenden Fahnen. Liebe auf den ersten Blick, eine tiefe Verbundenheit auf den zweiten. Jeder Mann wird verglichen. Jeder Mann muss in große Fußstapfen treten. Und bisher hat keiner Bruno das Wasser reichen können. Es ist so schade. Vertraue und glaube, es ist so schade, welche але Deutsche Perhaps